ich bin nicht lieb ja zweiter dachte es lang das wochenende auch ich bin diesmal nicht alleine bei mir ist die liebe nicole der hubert die kinder ja auch schon und wir sind hier immer noch im rohgebiet und die fabrik die wir jetzt besuchen seine alte armaturen fabrik der ob dort natürlich nicht genannt es ist fantastisches vetor gute laune mal rennen die putze und und Guten Morgen, liebe Sonnen, seid ihr auch schon alle da? Ja, ich soll euch begrüßen von unserem lieben Kuba-Schuba. Wie meinst du? So, lieber Mann, Kuba, 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 ich freue mich, dass euch der Zuschauer besser als heute gewesen wäre, wenn wir in der Küchenbeschreibung gegessen haben. Ich hoffe, der Schlecht hat mal den Geweißer, wo wir sind. Ich möchte auch, dass das die Leute an Regeln halten. Ich kann leider nicht immer auf den Schlecht drücken, weil ich meine Organisierungsfondition auf die Augen fragen muss. So, hier liegt eine Müllkünfte. Habe ich gestern hier extra hingelegt, weil ich wusste, dass der Geweißer hat, heute nicht. Wochenende habe ich frei. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Wir waren noch auf den Kliniken. Ich bin der Glück, um zu der Klinik zu sehen. Ich habe auch schon ein bisschen erzählt, dass wir in der Küchenbeschreibung sagen. Wo geht's hier denn? Ach, guten Tag. Guten Tag. Ich habe noch von der Seite raus. Geht's raus? Ja, so einmal rum. Ja, viele Graffitis hier, viele Spraydosen. Wenn man durchsucht kann man hier wahrscheinlich nicht mehr. dann kommt die Liebe Nicole ins Bild So, das war alles hier schon, ein kleines Ort, das ich damals gemacht habe, gewaschen, getrunken, vielleicht auch weiß ich nicht, was sie für die Geschäfte verrichtet haben, für die Zeitungen gelesen haben. Ja, das ist halt so, war das so rechtlich, die Verbindung ist immer unterschiedlich, ich mache immer, bevor ich leitgehe, ein Speedtest, der ist gut, war auch so, 50 Lens reichen, genauer und zehn im Angriff, problemlos, aber das ist halt das Gebäude. Ja, ich komme. Ich könnte sowieso nicht halten, du bist ja trotzdem im Chat, du bist ja trotzdem im Chat, du hast dich ja eben geschrieben. Ich wollte jetzt mal eben ein bisschen folgen. Ja, kann ich dir gerne sagen. Das war die Lifestyle. Das war's für heute. Das war's für heute. Das würde ich sagen, das ist nicht so gut. Aber ich guck diese Person nachher immer nochmal durch. Guck mal, ob man da irgendwas gefilmt hat, ob man nicht filmen sollte. Ich wiss die scheiß Köne doch. Vielleicht sollte man nicht filmen. Aber die sah auch wirklich so aus. Ja, ich dachte echt. Ich wiss ja auch. Ich hab auch gezogen. Das zieht nachher, ne? Das ist der Hellmann. Das war's für heute. 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 Was sagst du, Micha? Riesig. Wunderbar. Hier ist der Kommandostand. Ja, auf jeden Fall. Hier muss ja irgendwas gewesen sein, ne? Von hier oben. Da war der Chef bestimmt. Chef auf Sie, ja. Das war's für heute. Wenn euch das live gefällt, Leute, dann bitte teilen und liken. Ihr könnt mich jetzt auch abonnieren. Glocke aktivieren. So. Dann geht ihr heute auch. Tschüss, ja. Tschüss. Spaß haben. Wie ich das liebe, diese engen Stufen, ne? Tschüss. Ich glaube, das ist eine ganze Zeit. Und dann kommt es mehr. Ich habe es plötzlich auch geschlagen. Ich habe es geschafft. Dann kommt es auch darum. Und dann kommt es auch nicht mehr. Ich bin eher derzeit. Ich bin immer mehr so viel neu. Der nächste hier? Der nächste? Das letzte Mal, ich kann mich noch daran erinnern, bin ich hier rein und zack, muss ich erstmal auf die Tuche gehen. Ihr wisst ja, Leute, ich war nicht bei mir genug. Ihr wisst ja, dass auch hier, wenn ich mich nicht mehr anziehen muss. Auch wenn ich auf die Tuche habe, wenn ich auf die Tuche habe, wenn ich auf die Tuche habe. Ich bin nicht mehr anziehen, ich bin nicht mehr anziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier vorne ist noch eins. Ja, nicht das linke Graffiti, das ist die Hubert. Ja, ich bin auch ein Graffiti, Michael, da hast du wohl recht. Also manchmal gehen die sich echt müde, die Künstler. Das läuft ja auch tatsächlich durch mein Bild, ist ja unglaublich. Ja, da kannst du mal wieder sehen, ne? Ich fach so, da hast du überall. Ich fach so, da hast du überall. Das ist eine alte Fabrik. Ich werde euch gleich befreut, das war ja zu Ende. Der Verrufstuhl. Wo ist denn Nicole denn geblieben? Wir vermissen die schon. Ich habe ja schon zweimal das Vergnügen auf meinen Toren mit euch. Okay. Das war ja schon. Das war ja schon. Ich kann euch das mal wieder sehen. Ich kann euch das mal wieder sehen. Das war ja schon. so ist mal auf nicole warten also ich Das ist eine Premiere, die so... Diese Location, die wir gleich besuchen, habe ich noch nicht. Was ist das? Bitte sehen. Oh, na gut. Hier stinkt es ein bisschen, ne? Ja. Nicht verbrannt, aber so ein komischer Eigengeuch. Nicht verbrannt, aber so ein komischer Eigengeuch. Das ist ein Meger. Nicht verbrannt, aber so ein komischer Eigengeuch. Nicht verbrannt. Nicht verbrannt. Nicht verbrannt. Nicht verbrannt. Nicht verbrannt. Nicht verbrannt, aber so aussehen, ne? Ja, und auch die Leute. Danke für die Geschenke. Danke, danke, danke. Und wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und like. Danke. Wir haben jetzt auch abonnieren, wenn ihr immer schüttt und die Glocke aktiv seid. Ja, sehr schön. Ja, sieht cool aus. Ja, geil. Als wenn das auf dem Ding drauf gemalt ist, ne? Cool. Wo war das? Das ist das letzte in der Kalle? Das hier? Das ist in der Halle. In der Halle. Nicht hier? Das ist ja gut. Das hab ich aber. Ich hab schon mal frische Schütze was zu besinnen. Ich dachte, ihr wolltet jetzt außen rumgehen. Nein. Doch nicht, okay. Von außen ist ja die Rinde auch schön, ne? Auch auf der Schöne Taschen. Die können wir gleich nochmal runternehmen. Danke. So, Leute, jetzt geht's leider. Ja, hier, 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 hier. Ja, hier, hier, hier. Hier war's, okay, gerne durch. Das war's für heute. ja das ist das ist der klasse von uns wird besser sehen dass dort zu ist ja das ist nicht ganz zu das geht immer das geht immer es geht immer weiter immer weiter und immer weiter das ist ja auch noch eine rückseite magie magic das ist ja vorne und wo ich habe die tüte Ja, wie gesagt, das ist eine alte Armaturenfabrik in Nordrhein-Westfalen, am Rande des Ruhrgebiets und ja, den Hofstandort sage ich natürlich nicht. Ja, wie gesagt, das ist eine alte Armaturen. 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 Ja. Ja, das ist ein zweiter Teil dieser Armaturenfabrik in Nordrhein-Westfalen. Und wie gesagt, wie es da drin aussieht. Das ist eine alte Armaturenfabrik in Nordrhein-Westfalen. Ich habe gerade noch von innen gesehen. Jetzt gehen wir mal rein. Wo ist das Loch hinter dir? Wo ist das Loch hinter dir? Ja, wo ist das Loch hinter dir? Ja. Ich bin hier. Aber es gibt schlimmeres, ne? Ja. 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 Was ist das? 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 in der luft das soll die tür er ist nur oben ja ich könnte die dimensionen die seien gar nicht vorstellen das ist eine alte armaturen fabrik ich glaube wir kommen auf den tag drin da habe ich das auch schon gesagt Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich komme gleich wieder. Liken und einfach weiter erzählen. Wenn jemand einen Tipp hat über eine schöne Location, wo auch so tolle Graffitis sind oder allgemein unten. Schöner Ort. Einfach melden. Aber bitte nicht öffentlich irgendwo reinschreiben. Einfach E-Mail. Einfach E-Mail. Einfach E-Mail. Einfach E-Mail. Hier kann man eine Stunde lang filmen. Ja. 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 Du machst hier auch alles kaputt. Ja. 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 Ich mach jetzt mal eben hier einen Cut. Ja. Weiter geht's. Ja. Rein in die Hallen. Ja. 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 Gesundheit. Ja. Dann gehen wir mal runter ins Wohnungsgeschäftsraum. Ja. 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 Es ist immer so drinnen muss, ne? Nein, wir können nicht, wir bleiben jetzt hier, nein, wir gehen jetzt. Verlust, verlust. Verlust, 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 verlust. Verlust, verlust. Verlust, verlust, verlust. Scheiße. Ein bisschen Mischli schön hier. Fondankratzen da. Dankeschön. Gott sei Dank hast du mich nicht gefilmt. Das wäre peinlich geworden. Wir haben jetzt herausgeschrieben. Hättest du ja nicht gezeigt. Was hast du gesagt? Obwohl nichts wichtig ist. Ich habe gesagt, immer noch die Böre durch. Und dann... ... 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 Nein, nein, nein. Da geht nicht fernher hoch. Das ist wohl hier ganz klar. Nein, das ist ja alles. Warst du schon Luki-Luki machen? Letztes Mal. Wenn du so ein Zimmerchen hast für Kinder und das so schön rum gemalt hat, dann auch was. Nicht mit so einem Scheiß. Ich hab ja hier schon mal Videos in die Gruppe hochgetragen. Dann haben wir nur noch ein paar Keile. Dann soll es auf Youtube gehen. Dann lad ich euch ab oder morgen die Fabrik dann hoch und dann ist die so. Schön. Wir haben ja die ganze irren Fotos mit der Kamera. Das ist mittlerweile so. Oh, wie schön. Das strahlt so orange. Ja, da ist draußen kein Licht. Das ist orange. Die passen ja gut dazu. Früher war das so. Aber in der Form hab ich das noch nie gesehen. So. Ist das im Hotel auch so? Da hast du alles 80er Jahre gewartet zu machen. Aber Licht auch so. Ja, aber Licht auch so. Der Schalter ist auch ne Rarität. Ach, da gibt's bestimmt noch älter. So Aufbots mit den Drehschaltern. Die Treppenhaus. Die Treppenhaus. Ja, das verstehe ich nicht. Wieso ist das schon hier auch wieder auf dem Fenster? Das ist dann alles so immer. Ja, das ist auch so. Ja. Deswegen zieht das hier so. Ja, weil der Finger steht echt im Mäscher. Ja, das ist ja auch ein schönes Bild worden. Ja. 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 Spack ist ganz minimal. Hier war ich schon so gut hier, oder? Ich bin ja am Schwitzen, Michael, ne? Pass auf, nur bis zum Shop-Shift. Ich hab den Fehler letztes Mal auch gemacht. Jetzt hat Michael den Fehler gemacht. Das sieht man nicht, ne? Da kauft du da, ne? Da gehört dazu, genau. Da wohnt ja einfach. Da wohnt eine Schiene. Da ist ja weg. Da ist eine Schiene. Da wohnt ja wie im Anderen, ne? Wir suchen nur noch einen Schlagplatz für heute noch. Ja, viel Spaß. Schön, dass ihr warst. Bist du noch online? Ja, ja. Live und so rot. Jetzt muss ich hier wieder durch. Ach du Scheiße.